Hey Leute, was geht? Hey, warte, Ente, wo fliegen wir hin, Ente? Was geht? Wir sind Flugzeit. Lass rausspringen, oder? Nein, raus, warte. Nein, okay, Leute, wir spielen hier heute einen Dropper. Und ihr seht, das ist auch auf Deutsch. Herzlich willkommen zu unserer Map. Es war sehr viel Arbeit. Fair bewerten werden wir machen. Okay, let's go, Ente. Wir machen heute einen heftigen Dropper. Okay, wo müssen wir landen? Ah, ich seh schon, ich seh's. Ich komm mit, Ente, was geht? Leute, ich hab's geschafft. Nehmen, ich hab's nicht geschafft. Warte, aber ich werd's jetzt schaffen, weil ich bin ein Minecraft-Profi. Komm, zack, bumm, easy. Oha, das ist ein Wasserauto, oder? Ja, was geht? Irgendwie verfolgt mich ein Zombie-Name oder so, hä? Egal, hä, das war's schon, das war der Dropper. Tschüss, Leute, Spaß, hier geht's weiter. Wir müssen jetzt einen Dropper machen. Ist auch easy hier, kein Thema hoch. Zack, bumm. Komm, mach. Warte. Du willst das schaffen, Ente. Ich glaube an dich. Komm, ihr müsst jubben. Was geht? Oh, nee, warte, hier ist eine Frage. Wie viel wiegt der Big Ben? 19 oder 13 Tonnen? Äh, 13, was geht? Ja, das, das, was mehr. Oh, ich bin da durchgegangen. Wo bist du? Komm mit. Äh, falsch. Hä, war richtig 13 bei mir, egal. Echt, ihr? Level 2, der nächste Dropper. Oha, hier ist Lava. Hä? Warte, ich fall mal hier durch. Ey, übergeht die drauf. Hä? Was ist das? Wie funktioniert das? Muss man durch die Lava fallen? Ja, es geht. Los. Ich fall durch die Lava. Hä? Oha. Wo muss ich jetzt? Ne, warte mal, ich glaube, ich hab das gerade. Hier geht's durch, hier geht's durch, hier geht's durch. Hä, geht's überall durch. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Es war ja richtig easy. Ey, komm. Was geht? Du musst durch ein bestimmtes Fallen, dann geht das durchgehend. Ach so. Du musst nur in einem Feld bleiben. Du musst nur das finden, wo Wasser ist. Okay, ich geh schon mal. Ah, da bist du. Was geht, Mann? Was geht? Komm mit durch. Level 3. Der nächste Dropper. Oha, der sieht schon schwieriger aus. Hä, wo müssen wir landen? Da ist gar kein Wasser. Nein, wo? Da ist gar kein Wasser. Was geht? Dann lass mal gucken gehen. Wo denn? Hier ist kein Wasser, hä? Hä? Lol, das geht uns in Sleiblöcke. Ach, das ist Sleiblöcke. Hä? Wieso bin ich drauf gegangen? Warte, ich probier nochmal. Darf man dabei sneaken? Ich sneake? Hä? Ich hab's nicht geschafft. Ist der wirklich Sleiblöcke? Oder hast du mich angelogen? Hä? Unter der Wolle. Ich schaff es nicht. Warte, jetzt nochmal. Lass mich nicht. Ja, geschafft. Nein, ich fliege so hoch, ich fliege so hoch. Warte. Was geht? Oh, weil ich gesneakt hab, Leute. Jetzt hab ich gesneakt. Okay, ich darf nicht mehr sneaken. Ganz wichtig. Einfach normal landen, Leute. Keine Taste drücken. Oh, halbes Herz. Warum? Egal. Was geht? Zum Glück kannst du mich hier nicht schlagen. Zum Glück. Sonst wäre ich schon nix da. Okay, wir müssen da hingehen. Let's go. Und let's go. Warte, ich bin noch nicht da. Ich folge ihr. Moment, mein Kumpel. Und bin durchs Portal. Level Nummero vier. Oha, guck mal, jetzt ist so ein Regenbogen. Loll, der ist animiert. Ja, die Blöcke bewegen sich. Oha. Man muss durch. Krass. Man muss das Wasser treffen, obwohl sich da die Blöcke bewegen. Ich geh durch. Let's go. Let's go. Und? Nein. Mist. Boah, Alter. Hast du es geschafft? Nee, auch nicht, ne? Nein. Oh, war das klappt. Das war richtig klappt. Komm, let's go. Let's go. Let's go. Nein, das ist noch nicht mehr. Ja, geschafft. Easy, easy. Mach auf mich, Junge. Alter, wie es hier aussieht. Ent, du packst das easy. Komm. Ja, Mann. Alter, das sieht richtig cool aus. Richtig bunt, Mann. Let's go. Wo müssen wir hin? Jetzt ins nächste Portal. Level Nummer 5. Was ist denn hier jetzt? Hä? Hä? Ist es ein Dropper oder musst du mich einfach runterspringen und versuchen zu überleben? Was geht? Hör mal auf, warum es hier in die ganze Zeit zu schreien. Lol. Hä? Guck mal, man konnte es einfach so schaffen. Warte, aber kann man das auch von oben schaffen, weil da ist auch Wasser. Warte, easy, komm. Schaffe ich auch von hier? Nein, du hast es nicht geschafft. So, jetzt aber. Komm, let's go, let's go. Easy. Und jetzt müssen wir einen Jump Run machen. Okay, auch kein Thema für uns. Jetzt sind Minecraft-Profis. Nein, du bist auch ein Minecraft-Profi. Komm, let's easy. Schaffst du. Ende, ich glaub's dir. Warte, ich komm. Ich komm, Mann. Ich komm, Ende. Jummel. Weiter geht's. Level Nummer 6. Boah, wo geht's da runter? Hä? Ah, da. Ich sehe das blaue Wasser da. Easy. Ist auch einfach, glaube ich. Komm, du schaffst das. Nein. Bist du dumm, Mann? Das geht doch voll einfach. Hier, guck. Nein, du da. Das ist doch voll einfach. Guck mal. Jetzt, 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 jetzt. Guck, hab's geschafft. Okay, weiter zum Ziel. Und, oh, da noch ein Level. Das ist noch ein Level-Spiel. Noch ein Level. Bonus Level. Oha, man sieht da gar nichts da unten. Wo denn? Ah! Warte, ich komm hin. Hä? Ah, Leute, ich hab den Slime-Block gesehen. Leute, ich muss ihn, glaube ich, ganz kurz hell machen, damit ihr auch was sehen könnt. Oh, ich seh da. Ja, Leute, ich bin drauf. Ich bin drauf. Also, ich geh hier auch drauf. Und, nicht Seekind, ganz wichtig. Ja, wir haben es auf den Slime-Block geschafft. Oh, hab überlebt, zum Glück. Bis jetzt? Äh, was müssen wir jetzt machen? Äh, au, hier ist ein Portal. Ein schwarzes, guck. Wo ist das Portal? Hier, hier bei mir. Komm, hier durch. Oha, okay, der nächste Dropper. Bist du bereit, Mann? Bereit. Oha, wo müssen wir jetzt landen? Hier unten. Komm mit, Alter. Let's go. Und. Oh, oha, die sind viel schwieriger jetzt. Wir haben jetzt so ein anderes Level, Leute. Alter, das ist jetzt da richtig schwer. Okay, und. Oha. Warte, jetzt, aber, jetzt, aber, jetzt. Jetzt, schau ich, jetzt, ich, schau ich, jetzt. Ey, Junge, ist das hart. Übelst. Und. Oh mein Gott, Ente. Wie? Wir müssen, Alter, wir dachten, wir müssten hier reinspringen. Ey, warte, ich komm zurück. Ich kann nicht mehr zurück. Ach, lol. Hier ist das Wasser, ey, wie sind solche Noobs. Oha, der sieht ja genauso schwer aus. Alter, wo müssen wir denn hier bitte landen? Keine Ahnung. Oh, der ist ein buntes Schaf. Hier ist ein Ente, Schweine. Dann springen wir hier zur Seite. Ah, da ist auch voll einfach. Mann, ich dachte, das wäre jetzt ultraschwer. Easy, komm. Wo denn? Ganz an der Seite musst du springen. Warte, hier, siehst du mich? Ja, ja, ja. Easy. Nein, doch nicht. Hehe, Noob. Ja, geschafft, Ente. Let's go, weiter geht's. Oha, jetzt ist hier so ein Wasserdropper oder so. Lol. Warte, kann ich hier mit der... Oha, ich hab die Motte installiert. Ich kann mit der Kamera zoomen, okay. Warte, siehst du eigentlich meine Tänze? Hehe. Siehst du die? Ja, Mann. Hä, du siehst die Tänze? Ja. Lol. Okay, ich spring runter. Let's go. Let's go. Nein. Oha, das ist jetzt das Schwierigere. Da ist jetzt nur ein Block, oder? Wo man landen kann. Nee, hier, hier, zwei. Hams, Hams, Hams. Kein Thema wieder. Für den King. Genau. Oha. Okay, weiter geht's. Oha, wo müssen wir jetzt hier durchgehen? Hier sieht's ja richtig cool aus. Oha, wie so ein richtiges Lava-Level. Hier ist es ein Portal. Komm, wir gehen da rein. Und jetzt gibt's einfach einen Nesandropper, oder was? Ja, hier vorne. Oha, wo müssen wir bitte landen? Ich glaub... Warte, da ist so ein Dingsblock, Wollblock. Ja, da ist ein Schleim. Ich wusste es. Ey, hast du nur das geschafft? Nein, nein. Ich bin, äh, Dings, beim zweiten Jump runtergefallen. Warte. Jetzt ganz, wo ich nicht ganz, wo ich nicht. Komm, ich muss hier drauf bleiben. Let's go, ich schaff das. Einfach nicht sneaken. Einfach nur mal springen, warten. Let's go, jetzt geht's weiter. Wo müssen wir... Wo geht's weiter? Keine Ahnung. Da steht hier, unten ist es nicht. Doch, hier ist es brutal. Ich seh's. Hier, komm. Ich hab's. Wo, hä? Hä, du musst rausspringen und dann hier drauf auf die Plattform. Oh mein Gott, bin ich ein Noob. Okay, bin da. Weiter geht's, komm. Einen Dropper machen wir jetzt noch. Wo müssen wir hin? Wie er so neu... Oha, hier ist die ganze Festung. Oha. Alter, das ist wirklich richtig gut gebaut. Okay, jetzt müssen wir auf der schwarzen Wolle landen. Stand da. Ganz vollstlich hier runter. So, zack. Oha, ist doch einfach, oder? Ich glaub schon. Wo müssen wir dann hin? Ja, ist richtig einfach. Hä? Ja, Mann. Das ist der Dropper? So einfach? Okay, nixer Dropper. Wir sind schon bald fertig. Wirklich. Okay, lass runter. Let's go. Let's go, Mann. Der war richtig easy wieder. Oha, easy. Gar kein Thema. Nixer. Jetzt ist es hier. Was ist hier? Wald. Okay, gucken wir. Oha, wie hier, wenn es wieder schwieriger ist, du musst mal rumtricksen. Hier von der Seite. Oha, easy, oh nein. Das ist echt schwer. Oha, man kann hier ein bisschen... Ich glaub, man kann hier ein bisschen runterspringen, so auf diese böse Taktik. Wie? Ja, hier so ein bisschen... Ah, nee, geht doch nicht. Okay. Aber warte, ich versuch mal von hier so ein bisschen Seite. Und jetzt hier rein. Easy, easy, easy. Geschafft. Oha, geschafft. Ganz knapp. Hier noch gegen den Kopfball geknallt. Was? Vertrau mir. Geh auf den Baum am Anfang. Du kannst da draufklettern, auf den ersten Baum. Ja, dann. Ja, und dann, ja, so, so. Und dann, ja, einfach dein Minecraft drehen. Ja, ja, du schaffst das. Komm. Nein. Ich warte auf dich. Ich bin schon beim nächsten Steinmine. Ja, warte auf mich. Ich warte auf dich. Ja, komm. Oha, jetzt hier eine Miene. Das ist wieder schwieriger aus. Warte, kann man hier landen? Nein, da kann man auch nicht mehr landen. Okay, jetzt ist gemein. Jetzt kann man hier nicht mehr schummeln. Okay, da unten ist das Wasser. Ich probiere mal von hier. Oha, fast first try. Oha, man kann durch die Schienen durchspringen. Wusste ich nicht. Aber man darf natürlich nicht das Holz berühren. Oh, ich schaff's. Hä? Ich bin direkt im nächsten. Hä? Wir wurden direkt teleportiert. Krass. Ey, du bist wieder zurückgegangen. Komm. Du musst hier nochmal durch. Okay, Skyfall. Das sieht schon auch wieder heftig aus. Da vorne ist das Wasser. Und wieder geschafft. Nein. Okay, knapp, knapp, knapp. Nein, jetzt wieder verkackt. Oha, hier kann man wieder auch den Trick machen, dass man hier landen kann. Ja, Mann. Okay, ich packe es easy. Kein Thema. Warte, ich komm. Ja, einfach von der Seite ist auch wieder richtig einfach. Komm, komm, Junge. Wie? Oha, das nächste ist richtig einfach. Das ist richtig einfach. First try. Aber wir machen jetzt ein Battle, okay? Besser schafft. Ich bin schon weiter als du. Nein, warte. Nein, 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 nein. Jetzt warte ich nicht mehr. Wer als erstes gewinnt. Wo ist denn das Wasser, bitte? Oh, ich sehe deinen Namen. Oh, da kann ich einfach an der Seite landen. Hey, das geht. Wo geht's? Lol. Das ist jetzt anders gemacht. Ich muss mir die Stelle suchen, wo ich hier landen kann. Hier kann ich landen. Kann ich da vorne irgendwo landen? Hey, du bist ja schon hier. Ah, nee, hier. Nein. Okay, man muss doch nur mal einfach springen. Oha, das ist schon schwieriger. Ich bin weiter als du. Nein, du hast mich... Nein, bist du gar nicht. Hä? Hä, das Portal geht nicht bei mir. Gerade. Jetzt. Nein, Ente, warum holst du mich auf? Das ist irre los. Oha, ich hab's geschafft. Nein, wir haben's geschafft. Leute, lasst Leute da. Was war das, du? Ja, Ente, du hast gewonnen. Sei stolz auf dich. Hier, geh auf deinen Thron da oben. Ich geh hier hin. Los, geh da hoch. Ja, Mann. Flieg da nach oben. Geh zum Siegerrüstungsding. Ja, Leute, ihr seht, Ente ist der Sieger für heute. Lasst Leute da. Lasst ein Abo da. Wir bewerten noch den Schatten, Mann. Hier, sehr gut, sehr gut, sehr gut. IP vom Server, sehr beschreiben, natürlich. Und dann würde ich sagen, schau mal vorbein. Lasst euch da und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.